Der IS-2 war der schwere Panzer der Roten Armee in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs. Ähnlich wie der deutsche Tiger war er als schwerer Durchbruchspanzer vorgesehen. Im Gegensatz zum Tiger kam es im Zweiten Weltkrieg tatsächlich öfters zu den beabsichtigten Durchbruchsgefechten. Ein Beispiel ereignete sich bei der 6. Gartepanzerarmee in Rumänien, in dem IS-2 eine deutsche Frontlinie trotz heftigen Gegenfeuers einfach angriffen. Sie überrollten das deutsche Grabensystem und brachen durch. Anschließend zerstörten sie eine Artilleriestellung, deren Gegenfeuer die IS-2 nicht abwehren konnte. Dabei wurden unter anderem auch deutsche Panzer IV vernichtet. Die Verluste der sowjetischen Panzer blieben bei Null. Für ihre Aufgabe waren die IS-2 in unabhängige, schwere Gartedurchbruchspanzerregimenter oder auch Brigaden gegliedert. Die Regimenter besaßen 21 IS-2, vier Kompanien zu fünf Stück mit einem Kommandeurspanzer ergab zusammen 21. Allerdings wich die Praxis manchmal von der Theorie ab. So meinte der IS-2-Mann Michael Gregorjevich Resnikov nach dem Krieg. Ich erinnere mich noch, dass die volle Besetzung unseres Regiments aus 375 Mann, 21 schweren Panzern, einer Kfz-Kompanie mit 28 Fahrzeugen, einer Aufklärungskompanie, einer Panzerlandekompanie und Stabsoffizieren, Pionieren usw. bestand. Das Regiment wurde in drei Panzerkompanien mit jeweils sieben Panzern aufgeteilt. In meinem Regiment gab es keine Kompanien von je fünf Panzern. Mein Panzer galt als Panzer des Regimentskommandanten, aber unser Regimentskommandant Bogunov ging nie in die Schlacht. Er war nicht der Typ, der sein Leben riskierte. Also hier sieht man, weil eben der Kommandeur selten selber in die Schlacht ging, hat man dann den 21. Panzer zum Beispiel einfach mitverwendet in einer regulären Kampfkompanie. Bei ihren Gefechten begegneten die IS-2 natürlich oft den deutschen Panzern, insbesondere den schwereren deutschen Panzern. Und eines der ersten Gefechte ereignete sich im Frühjahr 1944. Dabei haben wir den glücklichen Umstand, dass das IS-2-Regiment seiner Verluste werknummerngetreu abrechnete und auch beschrieb, wodurch diese Panzer verloren gingen. So können wir einen Eindruck gewinnen, wie sich der IS-2 im Gefecht mit deutschen Panzern schlug. Die erste Werknummer, die verloren ging, die 40247, erhielt durch ein Sturmgeschütz auf 1500 bis 2000 Meter fünf Treffer. Hier sieht man also ganz klar, das Sturmgeschütz konnte den IS-2 nicht durchdringen. Hinweis, in der russischen Originalquelle heißt es Ferdinand, aber es ist relativ klar, dass es sich nicht um den gehandelt haben kann. Also um diesen schweren deutschen Panzerjäger, der auch unter diesem Namen Elefant bekannt ist, weil sonst die Geschosse durchgedrungen wären und weil auch nicht bekannt ist, dass dieser Jagdpanzertyp zu dieser Zeit an der Ostfront eingesetzt war. Allerdings habe sich ein zweiter Ferdinand, also ein Sturmgeschütz, angeschlichen und den IS-2 von der Seite auf 600 bis 700 Meter Entfernung ausgeschalten. Der IS-2 mit der Seriennummer 40255 wurde von einem Tiger auf 1000 bis 1100 Meter frontal durchschlagen und ausgeschaltet. Dabei wurden die vier Mann der Besatzung verwundet. Der IS-2 mit der Seriennummer 4032 wurde von einem Tiger auf 1000 bis 1500 Meter beschossen. Drei Granaten prallten ab, aber es gelang eben einem weiteren deutschen Fahrzeug, sich von der Seite anzunähern und ihn auf 400 bis 500 Metern zu durchschlagen. Dabei wurde ein Besatzungsmitglied verwundet. Weitere Verluste gab es dann mit den folgenden drei Seriennummern. Alle hatten angeblich einen Tiger als Gegner, ist nicht ganz ausgeschlossen, denn die sowjetischen Panzerbesatzungen verwechselten den Panzer IV oft mit den Tiger. Ein Treffer auf 400 Meter frontal hat den IS-2 durchschlagen. Ein weiterer Treffer von einem Tiger, wie gesagt, kann auch ein Panzer IV gewesen sein, von der Seite auf 400 bis 500 Meter. Dabei gab es zwei Verwundete und der IS-2 mit der Seriennummer 40244 wurde frontal von einem Tiger zerschlagen. Auch hier ist die Angabe wieder plausibel, dass es ein Tiger ist, weil ich glaube, ein Panzer IV hätte das nicht geschafft. Dabei gab es leider sogar zwei Tote. Und die nächsten drei Seriennummern, die bekannt sind, die 40263. Wusste man nicht, was ihn getroffen hat, aber zwei deutsche Granaten durchschlugen die Seitenpanzerung. Die 40273, ebenfalls zwei deutsche Granaten, diesmal von dem Panzer IV. Dabei hat die Besatzung schwer gelitten. Es gab wohl drei Tote und einen Verwundeten. Und der Panzer mit der Nummer 40254 auch von der Seite in einem Hinterhalt von einem Sturmgeschütz durchschlagen wurden. Wenn wir uns das jetzt in der Gesamtbilanz ansehen, sind das die IS-2-Männer, die also den Einsatz ihres Panzers überlebt haben. Aber wir sehen auch, dass bei acht abgeschossenen IS-2 39 Prozent der Insassen zu Schaden gekommen sind, 14 Prozent tot, 25 Prozent haben verwundet überlebt. Das ist gar keine so schlechte Quote. Das ist ungefähr eine Quote, wie sie auch andere Panzermodelle, zum Beispiel beim Schirmen gibt es so Angaben, da würde ich jetzt sagen, das geht in eine ähnliche Richtung. Also wie eben ähnliche oder andere Panzermodelle im Zweiten Weltkrieg sie auch hatten. Es wurden weiterhin in diesem Regiment sechs IS-2 beschädigt, aber sie konnten repariert werden. Man behauptet, 41 gegnerische Panzer, hauptsächlich Tiger und zehn Panzerabwehrkanonen vernichtet zu haben. Ja, diese Zahl scheint doch deutlich zu hoch. Aus den Erfahrungen der Schlacht von Kurs kann man von etwa 1 zu 10 bis 1 zu 5 ausgehen. Dazu sagte auch der IS-2-Mann Kaschizin in einem Interview. Ich bin den Kampfweg von Polen nach Berlin gegangen. Wie viele Waffen wurden von mir ausgeschaltet? Hat die jemand gezählt? Sie haben im Hauptquartier aufgeschrieben, dass neun deutsche Kanonen ausgeschaltet wurden. Aber wer weiß, wie viele es tatsächlich waren. Also hier haben wir dasselbe Phänomen wie auf der deutschen Seite, dass die Abschlüsse gar nicht so genau gezählt wurden. Und wie gesagt, aus der Erfahrung der Schlacht bei Kurs gibt ja da die Studie von Roman Töppel, kann man sogar von Übertreibung bis 1 zu 10 ausgehen von der sowjetischen Seite. Ich würde das trotzdem etwas niedriger ansetzen, denn es gibt auch andere Schlachten, aus denen man schließen kann. Vielleicht auch nur 1 zu 5. Was heißt das jetzt für die Auswertung? Ja, wenn wir eine Quote von 1 zu 5 bis 1 zu 10 anlegen, also statt 41 Tigern wurden dann eben nur 4 oder vielleicht 8 ausgeschaltet, dann kann man sagen, haben sich die IS-2 ungefähr im Verhältnis 1 zu 1 geschlagen. Also das heißt, für einen verlorenen IS-2 wurde tatsächlich ein deutscher Panzer ausgeschaltet. Das ist für die Rote Armee in dieser Kampfphase eine ganz ordentliche Quote. Vielleicht liegt sie sogar besser. Es kann ja sein, dass die Meldung exakter ist, als ich es jetzt glaube. Da kann man dann auch gerne mal diskutieren, was die Leute so glauben. Aber ich denke halt, dass der IS-2 auf jeden Fall sich dahingehend schon bewertet, dass er eben den deutschen Panzermodellen schon vergleichbar war. Es gab natürlich auch Gefechte, da war der IS-2 sehr erfolgreich, wie zum Beispiel Mitte August am Brückenkopf Sandomiers. Da griff das schwere Panzerbataillon 501 mit brandneuen Königstigern an und näherte sich aber einer relativ unübersichtlichen Gegend mit viel Bewuchs und Ortschaften. Und die sowjetischen Panzer T-34 und IS-2 lagen günstig getarnt in Hinterhalten. Und die Deutschen haben offenbar die Wirkung ihres Königstigers überschätzt. Jedenfalls gerieten sie immer wieder in das flankierende Feuer. Und 13 Königstiger wurden in diesen Tagen als Totalverlust verzeichnet, abgeschossen von den sowjetischen Panzern. Es gibt sogar Angaben mit 14 Königstigern. Und das war natürlich eine große Pleite. Aber man muss sagen, es hängt eben nicht hier vom Panzer ab, sondern dass die sowjetischen Panzerleute in diesem Fall die bessere Taktik hatten und die Königstiger immer wieder in Hinterhalte laufen ließen. Nun könnte man sagen, das ist sowjetische Propaganda, aber es gibt sogar ein Beweisstück, nämlich den Tiger bzw. den Königstiger 502, der nämlich heute im Museum in Kubinka zu finden ist. Also der wurde damals erbeutet und in dieses Museum dann später verbracht. Außerdem sehen wir in der deutschen Standortliteratur von Schneider, nach den ersten dramatischen Verlusten im August und September 1944 wurden 20 Tiger I von der schweren Panzerabteilung 501 integriert. Heißt also, die Abteilung 501 musste statt Königstiger wieder auf den Tiger zurückgehen. Und er schreibt zum 12.8. Gut getarnte T-34-85 der 53. Gartepanzerbrigade schießen mehrere Tiger II ab. Bedingt durch im Turm verstaute Munition kommt es zur verheerenden Explosion mit drei Totalverlusten. Künftig wird im Turm keine Kanonemunition mehr untergebracht. Auch am 13. August erneut schwere Kämpfe. Weitere Ausfälle der Panzer 502 wird bei Sachwauen von der schweren Panzerbrigade der sowjetischen 36. Armee erbeutet. Die schwere Panzerbrigade heißt, die IS-2-Einheit hat diesen Panzer erbeutet. Zum September schreibt dann Schneider, der Abteilungskommandeur wird abgelöst, in Klammern im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944, also mit dem Attentat auf Hitler, Staufenberg, ist ja bekannt, denke ich. Und hier würde ich sagen, nein, hier würde ich der sowjetischen Literatur folgen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass dieser Kommandeur abgelöst wurde, weil er eben seine Königstiger so schlecht eingesetzt hat und dadurch hohe Verluste erlitten hat. Wenn wir uns das Gefecht von Kukenen am 16. Februar 1945 anschauen, das ist ein Ort in Ostpreußen, dann sehen wir, dass die IS-2 auch gewaltige Pleiten erleben konnten. In diesem Fall waren es 16 IS-2, die in einen Angriff geschickt wurden und dabei neun Panzer verloren, ohne dass sie selber eine größere Wirkung erzielt haben, also die relativ sang- und langlos abgeschossen wurden. Und der Grund dafür war, dass der Infanteriedivisionskommandeur, der den Angriff koordinierte, ihnen die Begleitinfanterie verweigerte. Der war der Meinung, der IS-2 ist so stark, dass die also ohne das Gefecht der verbundenen Waffen angreifen könnten. In der Folge schossen die Deutschen von der Seite in die Flanke. Die IS-2 haben die deutschen Panzerabwehrkanonen oder Panzer, wir wissen nicht genau, was es da war, und sie wurden in dieser großen Zahl abgeschossen. Man sieht also hier, dass der IS-2 auch auf die Infanterie angewiesen war, wie jeder andere Panzertyp, also auf das Gefecht der verbundenen Waffen, auf die Koordinierung mit anderen Waffengattungen. Dafür liefert uns der IS-2-Soldat Kaschizin einen Hinweis. Er schildert nämlich eine Episode. Die Infanterie sagte, dass der Panzer der Deutschen manchmal schießt, aber wo genau ist nicht ersichtlich. Und es stellte sich heraus, dass die Infanteristen sahen, wo dieser Panzer stand, und sie sagten, hier ist der Panzer. Ich schaute durch das Zielfernrohr deutlich sichtbar der Panzer. Was macht er hier? Ich habe gezielt und geschossen. Es stellte sich heraus, dass es ein schwerer Panzer war. Ich traf ihn an Bord. Es explodierte im Inneren und zerstörte den Turm. Also ganz deutlich, die Infanterie weist der IS-2-Besatzung die Ziele zu. Der IS-2 hatte ja eine sehr große Munition, konnte nur 28 Stück an Geschossen mitnehmen, oder an gesamten Ladungen. Aber auch hier gibt es Abweichungen von Theorie und Praxis. Kaschizin sagt zum Beispiel, 28 sind es ordnungsgemäß, aber ich habe 40 mitgenommen. Wir haben den Sitz weggeschmissen, den Ladersitz, Granaten wurden gebraucht. Also Pech für den Ladeschützen seines Panzers. Der konnte dann nicht mehr sitzen, dafür war der Panzer regelrecht vollgestopft mit Granaten. Die deutschen Panzer hatten aber auch Vorteile gegen den IS-2. Und hier sagt zum Beispiel Kaschizin, Der im Boden vergrabene Tiger ist eine sehr mächtige Waffe, dank einer starken Waffe und einer guten Optik. Was mir an den Tigern gefallen hat, war die sehr starke Optik. Dann haben wir nach dem Krieg angefangen, die gleichen Optiken herzustellen. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist ein Panzermann, der schätzt das halt so ein. Aber Kaschizin war nach dem Krieg tatsächlich Ingenieur in der sowjetischen Optikindustrie. Deswegen legt er hier auch so einen Wert drauf. Das heißt also, seine Einschätzung hat schon einiges Gewicht. Und ich denke, das ist ja auch bekannt, dass die deutsche Optikindustrie im Zweiten Weltkrieg relativ leistungsfähiger war als die sowjetische Optikindustrie. Die deutsche hatte einfach schon eine viel längere Tradition. Spannend wird es jetzt, wenn wir uns den IS-2 mal im Vergleich zum T-34 anschauen, vor allen Dingen den 85er. Das war ja in dieser Zeit der Standardpanzer der Roten Armee. Und es gibt eine interessante Statistik von der dritten Gartepanzerarmee, die innerhalb von anderthalb Monaten im Sommer 1944 die Einsätze von IS-2 und T-34 Panzern zählte. Das heißt also, die Zahl, die hier zu sehen ist, das ist nicht die Zahl der vorhandenen IS-2 oder T-34, sondern die Zahl, wie oft diese Panzer ins Gefecht fuhren. Und da sieht man, das Verhältnis liegt also ungefähr bei 1 zu 10. Es gab ja sehr wenige IS-2 nur zu diesem Zeitpunkt. Und die Verlustquoten sehen dann wie folgt aus. Durch deutsche Geschütze aller Art wurden 1,1% der IS-2 abgeschossen, aber 13,9% der T-34. Durch Minen gingen 0% der IS-2 verloren, aber 0,4% der T-34. Durch deutsche Flugzeuge gingen 0% verloren der IS-2, aber 0,9% der T-34. Und besonders bemerkenswert finde ich folgende Quote. Ich nenne die mal etwas salopp die Ausbrennquote. Das heißt also, wenn ein Panzer getroffen wurde, wie wahrscheinlich war es dann, dass er komplett ausbrennt. Und das lag beim IS-2 bei 12,5% und beim T-34 bei 55%. Also man sieht, der T-34 ist nicht nur häufiger ausgeschaltet worden, sondern wenn er ausgeschaltet wurde, waren die Folgen für diesen Panzer dann in der Regel auch schwerer. Das ist ja jetzt auch kein Wunder, sage ich mal, bei der relativ gesehen dünneren Panzerung des T-34. Zwischen den Panzermännern war das Verhältnis auch nicht immer ganz einheitlich. Aber ich habe hier einfach mal dieses Zitat von Resnikov rausgezogen. Er sagt über die T-34 Leute, sie waren ehrlich gesagt neidisch auf unsere 120mm Frontpanzerung, unser 122mm Geschütz. Unsere Panzer waren zäher und auf dem T-34 ging ich ein paar Mal in die Schlacht und war bereit, den Tod der Tapferen zu sterben. Aber es gab keine Feindschaft zwischen uns. Sowohl wir als auch sie haben in Panzern gebrannt und sind für unser Vaterland gestorben. Am Ende des Krieges begannen die Deutschen, unsere IS-2 in der gleichen Menge wie die T-34 auszuschalten. 1944 begannen die Deutschen mit der Verwendung eines neuen kumulativen Projektils, das sich wie ein Bohrer durch die Panzerung des Panzers brannte. Nach einem solchen Treffer war schon von der Besatzung nicht einmal ein Gürtel übrig. Auf was er sich hier bezieht, ist die Hohlladungsgranate. Ich habe momentan keine Kenntnis davon, wie häufig die tatsächlich in der letzten Kriegsphase auf deutscher Seite zum Einsatz kam. Aber ich sage mal, von dem, was man über die Hohlladungsgranaten weiß, ist das dann schon relativ wahrscheinlich, dass die also auch ein IS-2 vergleichsweise mühelos durchschlagen hat. Man sieht also, der IS-2 scheint selbst in diesem einen Jahr, in dem er hauptsächlich zum Einsatz kam, auch nicht immer gleich gewirkt zu haben. Ja, und man darf nicht vergessen, viele IS-2-Leute sind ja vorher auf dem T-34 in die Schlacht gegangen. Sicherlich haben die sich gefreut, die IS-2-Leute, dass sie jetzt einen stärkeren Panzer haben, aber sie konnten sich natürlich gut in die Rolle oder in die Situation der T-34-Männer versetzen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch noch folgendes Statement. Die Deutschen zogen sich oft vom Schlachtfeld zurück, wenn sie den IS-2 sahen, wenn sie keine schweren Panzer zur Verteidigung oder nur selbstfahrende Geschütze oder Flugabwehrgeschütze im direkten Feuer hatten. Zogen sich die Deutschen lieber zurück. Sie erkannten uns schon von Weitem und unterschieden uns unverkennbar vom T-34 an dem langen Knopf am Ende des Laufs der Mündungsbremse. So dachten sich die Panzermänner, die auf dem T-34 kämpften, einen gewöhnlichen Eimer an den Läufen ihrer Panzerkanone anzubringen, der von Weitem mit dem Knauf des IS-2 verwechselt werden konnte. Als die Deutschen den sich nähernden T-34 mit dieser Erfindung auf dem Lauf sahen, verließen sie oft ihre Position und zogen sich zurück. Diese Kriegslist findet man häufiger mal bei sowjetischen Veteranen oder in der Literatur beschrieben, dass also die T-34 versucht haben, sich für IS-2 auszugeben. Keine Ahnung, ob das wirklich was gebracht hat, kann ich nicht sagen. Aber interessant ist doch, dass er hier beschreibt, die Deutschen nahmen den Kampf mit den IS-2 nur auf, wenn sie sich im Prinzip auch eine Chance ausrechneten. Zumindest versuchten sie das. Also er sagt, wenn eben keine schweren Panzer zur Verfügung waren, sondern eben nur normale Waffen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die üblichen Waffen, dann haben sie versucht, den Kampf mit dem IS-2 zu meiden. Ja, gehen wir in den Erfahrungen wieder eine Ebene nach oben. Und zwar hat ein Regiment, was 1944, und zwar im Sommer 1944, schon den IS-2 hatte, mal ein paar Erfahrungen geschrieben. Und eine Erfahrung bestand darin, dass die Werksangaben von bis zu 15 kmh im Gelände und 25 kmh auf der Straße nicht eingehalten werden konnten. Tatsächlich hat der Panzer nur 8 bis 12 kmh im Gelände geschafft. Achtung, das sind die Marschgeschwindigkeiten, nicht die Höchstgeschwindigkeiten. Also das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die der Panzer geschafft hat. Aber die Panzer haben sehr gut durchgehalten, die haben im Schnitt 1100 km geschafft. Das heißt also, der IS-2 als neuer Panzertyp hat aus dem Stand eine hohe Durchhaltefähigkeit beim Marsch gehabt. Das ist schon bemerkenswert. Es gibt ja andere Panzermodelle auf sowjetischer und deutscher Seite, die von Anfang an nicht so gut funktioniert haben im Zweiten Weltkrieg. Über die Kanone, sagt der Kommandeur des 71. Gartepanzerregiments, also unabhängiges schweres Gartepanzerregiment, ich erspare mir das jetzt mal bei jedem weiteren Zitat. Die Bewaffnung der IS-2-Panzer ist die stärkste aller vorhandenen Panzertypen. Das 122 mm Projektil hat eine hohe Durchschlagskraft, die die Qualität dieser Panzer bestimmt. Das beste Werkzeug im Kampf gegen schwere feindliche Panzer. Also man sieht, die Kanone kam gut an. Nicht so gut ankam die Panzerung. Die vorhandene Gusspanzerung wird von einem 88 mm Projektil aus einer Entfernung von 800 bis 1000 m durchbohrt, weil die Qualität der Gusspanzerung geringer ist. In Klammern geringere dichte Blasenbildung hatten wir beim letzten IS-2-Video auch schon in der Diskussion darunter, dank Roman Töppel. Man sieht, die Gusspanzerung hat einige Nachteile gegenüber einer Walzstahlpanzerung. Und wir haben noch eine Bemerkung zur Kadenz, diesmal nicht mehr vom Kommandeur des Panzerregiments, sondern wieder von Resnikov. Die Feuerrate des Panzers war niedrig, zwei Schüsse pro Minute, aber den Deutschen ging es selbst bei dieser Rate nicht gut. Es ist ja bekannt, dass der IS-2 aufgrund dieser geteilten Munition und dieses großen Kalibers eine geringe Kadenz hatte, aber Resnikov ist eben der Meinung, das war kein so großer Nachteil. Kann ich schwer einschätzen. Ich würde mal vermuten, dass den Deutschen die höhere Kadenz im Gefecht schon einen Vorteil gegeben hat. Also die hatten eben kleinere Geschosse und auch keine zweigeteilte Munition. Dass das schon ein Vorteil war, denn damals waren ja Erstschusstreffer relativ unwahrscheinlich. Also man brauchte in der Regel mehrere Treffer, um einen Panzer überhaupt zu treffen oder zu vernichten. Und da spielt dann Kadenz schon eine Rolle, aber das müsste man sich nochmal genauer angucken. Damit sind wir auch schon beim Fazit. Die sowjetische Sicht auf den IS-2. Ich würde sagen, erstens, der IS-2 funktionierte für die Rote Armee sofort. Es gab keine Anlaufschwierigkeiten. Ich nenne mal zwei Panzer, wo man das anders betrachten kann. T-34 1941 und der Panther 1943. Also das hat schon mal funktioniert. Er verstärkte die Kampfkraft der Panzertruppe der Roten Armee. Also es war auf jeden Fall eine Verbesserung, dass der IS-2 zum Einsatz kam. Denn er konnte jetzt eben die neun deutschen Panzer, die so 42, 43 gekommen sind, also vor allen Dingen Panzer 5 und 6, wirksam bekämpfen. Er war aber kein Wunderpanzer, sondern er hatte auch Schwächen. Hier steckt der Teufel im Detail. Was meine ich damit? Also klar, wenn man sich die Quartettdaten vom IS-2 anschaut, sieht das alles ganz gut aus. Aber wir hatten das ja zum Beispiel mit der Gusspanzerung, mit der Kadenz oder auch mit den Optiken. Und in der Summe hat das sicherlich doch wieder einige Nachteile bewirkt. Und wir dürfen nicht vergessen, dieses Video zeigt die sowjetische Sicht auf den IS-2. Wir werden uns in einem der nächsten Videos dann nochmal die deutsche Sicht angucken. Und entscheidend war der richtige Einsatz des Panzers. Ja, das ist schon fast eine Binsenweisheit. Trotzdem betone ich es hier nochmal. Ich hatte es ja auch versucht zu zeigen mit dem Gefecht der verbundenen Waffen. Dass also zum Beispiel ein IS-2 ohne Infanteriebekleidung dann einfach auch eher ein Opfer auf dem Schlachtfeld war, wenn das eben nicht beachtet wurde. Sondern es war ein Waffensystem, was in einem bestimmten Kampfverbund eben Sinn gemacht hat. Und da die Erwartungen erfüllt hat. Und deswegen ist natürlich die sowjetische Sicht auf den IS-2 positiv zu sehen. Ja, damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte nochmal auf das Buch von Peter Samsonov hinweisen, über die Entwicklung des IS-2. Wie gesagt, es geht in diesem Buch nur über die Entwicklung, dafür aber sehr griffig und kompakt. Leider nur auf Englisch. Und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst hier auf dem Kanal wiedersehen. Ich hatte ja gesagt, ich möchte nochmal auch ein Video machen, wie die Deutschen jetzt eigentlich auf den IS-2 geblickt haben. Und hoffe, wir sehen uns wieder und bis demnächst. Und dann geht das noch ein Video. Untertitelung des ZDF, 2020